Siegerin in der Kategorie kleine Unternehmen und damit nominiert zum Staatspreis Unternehmensqualität 2021 ist VBV Vorsorgekasse. Wir machen es nicht nur wegen der Preisverleihung, die was so toll ist, sondern einfach das Feedback ist eigentlich der wichtigste Anstoß unseres Verbesserungsprogramms. Bei uns ist ein Pferderfuß ein bisschen das Kennzahlensystem, weil wir als kleines Unternehmen nicht die Strukturen haben, wie es für große Unternehmen notwendig ist. Aber wenn laufender Städte Tropfen kommt und uns zeigt, dass es hier Bedarf gibt, dann bringt das dann mit der Zeit schon einiges in Bewegung, das uns allen hilft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017